Wenn ihr auch die nächsten Challenges nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und let's go! Heute sind wir schon bei Woche 10 angelangt, diesmal ist es eigentlich ziemlich leicht mal wieder, außer die Ringel nerven mal ein bisschen. Aber diesmal ist es vor Whaling Woods, ganz einfach, da ist dieser Baum schon auf dem Boden mit dem Dreck und da müsst ihr einfach landen, das seht ihr natürlich wo genau ihr landen müsst. Das ist eigentlich ziemlich einfach, da ist ein Stein, ein Baum, natürlich, zwischen Tomato Tom und Whaling Woods. Ihr seht eigentlich genau wo ihr landen müsst und ihr solltet es auch eigentlich finden. Und schaut da rein, ciao!